Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft in Skysel im Hintergrund räuspert sich da auch schon der Jude Kinsey. Ja, also ich bin auf dem Servatore. Ja, der Kinsey anscheinend auch. Ich weiß nur, wie er ist. Ich komme. Ich komme. Ich logge ihn. Ich logge ihn. Ich logge ihn. Überraschung. Vanilletexturen. Ich muss sagen, aber ich höre irgendwie schöne Vanilletexturen, aber der Text hier im Vordergrund, wie kriege ich den denn weg? Hä? Was für ein Text. Oh, Herr, Herr. Z, to hide this message. Wer lesen kann, ist kein Vorteil. Ja, ja, ja. Kann man so sagen. So, ähm, ihr Leute, die ihr doch eifrig auch bei den anderen zuschaut. Ihr wisst ja, was geschehen ist. Ne? Da draußen. Hier. Oh, Monster, Monster. Oh, wir hatten nämlich die Nachbarn zu Besuch und die haben sich nicht gerade wie Gäste verhalten. Wie Säue verhalten. Ja. Wie Säue, die eine Kuh geklaut haben. Ja, wir müssen den Bogen craften, ne? Jeder den Bogen craften. Oh. Ich habe übrigens bei denen in der... Wow. Hau ab, du Enderman. Bei denen in der Folge gesehen, dass zwei von unseren Enderperlen, ähm, reif sind. Oh. Maturre. Die könnten wir auf jeden Fall mal abbauen und direkt neue setzen. Ähm, man muss nämlich auch dazu sagen, dass wir zwei beiden aufgrund eines... Na nun, was war das? Ein Wecker? Oh, mein Inventar ist wieder rappelvoll. Äh, aufgrund eines, ähm, leeren Ganges von Kinsey jetzt quasi zweieinhalb Wochen Pause gehabt haben. Und, äh, jetzt quasi hier mal, ähm, ja... Nö, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Wir sind jetzt gerade ein bisschen raus. Wir haben auch gar keinen Schlachtplan gemacht, ne? Wir haben auch gar keinen Schlachtplan gemacht. Wir sind einfach eiskalt hier in die Aufnahme gegangen. Wie das aussieht. Ich hab hier das... Ich hab hier das Inventar noch voll mit Zeug, aber ich weiß nicht, was. Entschuldigung. Dreh dich doch mal auf. Du hast einfach... Nein, nein. Guck dich mal... Guck dich mal in deinem Inventory an von hinten und dreh den Kopf nach hinten oder so. Aua. Aua, ja. Ich hab Akkupunktur gemacht. Das sieht voll witzig aus von hinten. Oh, jetzt ist einer weg. So, toll. Das ist aber herrlich. Also, erwartet nicht zu viel Produktives heute. Ich muss erstmal nochmal irgendwie einen Überblick hier bekommen. Nee, nee. Produktivität ist fehl am Platze hier. Ich gucke mal gucken, ob wir... Wir wollen ja hier kurz die Nachbarn ein bisschen schrappen, ne? Ich esse mal Spaghetti mit Fleischbällchen. Oh, ist das lecker gewesen. Wir haben noch genau drei Springs. Reicht ja für einen Bogen. Komm, wir gehen mal schlafen. Ja, mach das, Mann. Achso, wir müssen beide. Ja, eine Mutzi ist auch schon im Schlafen. Ja, eine Mutzi ist auch schon. Oh, dein Kopf brennt. Na, ihr zwei Süßen. Das wäre ein ganz heißer Kopf. Warum brennt mein Kopf? War am Nachdenken. Dein Schwert sieht aus wie ein Dildo, so. Nein, das sieht's nicht. Oh, doch. Das ist... Aber wenn es ein Dildo ist, dann ist es der Turbo Penetrator 3000 hier. Oh, ich darf hier. Rote Farbe, Pulverized Coal, Grün und Blau. Wo kriege ich denn das alles her? Enderpellen. Hey, genau. Geh die mal abbauen und... Wie, wie? Einfach mit Rechtsklick oder wie? Ja. Was? Wenn ich... Rechtsklick, macht mein Schwert einen Backstab. Habe ich ganz vergessen. Alter Schwede, das wäre fast schiefgegangen. Einfach mit der Hand oder wie? Kann man nicht rechtsklicken. Kann man nicht rechtsklicken, muss ich linksklicken. Ah ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Du hast recht. Du bist ja recht. Du bist ja rechts. Nein. Kacktus Green und White Die. Wo kriege ich White Die her? Äh... What the fuck? Ähm... Zwei Enderperlen. Was mache ich denn jetzt damit? Mob Drops, genau. Genau. Haben wir noch... Ja, ein paar Strings könnten da oben noch bei rauskommen. Die hole ich auch mal eben. Ich bin total planlos. Vielleicht merkt man es. Ja, komm, lass uns sehen. Lass uns, lass uns gucken, dass wir die Nachbarn mal ein bisschen ärgern, ja? Ähm, okay. Wie sieht es denn mit der Ausrüstung aus? Wir haben beide Stil, ne? Ja. Ja, ja. Oh, es ist denn hier einfach mal eine Spinne oben auf dem Baum. Fick dich, Spinne. Nur noch Fick. Fick dich, Donner. Nimm mich doch am Sack. Ach, das ist ja gar kein... What the fuck? Ich wollte gar nicht wieder runter. Ähm, das ist... Gar kein... Ähm... Hihi, Penis. Laub. Nee, Penis ist es auch nicht mehr. Nicht mehr, seitdem da das Grün macht. Ja, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Juhu. Ähm, jedenfalls sind hier keine Fäden oben. Warum sollen denn da auch Fäden sein? Weil ich da mal einen Silkworm reingepackt hab. Oh, du geiler Typ. Aber ich hab grad eine Spinne gekillt. Ich hab... Er hat's geklickt. Fäden, wenn ich jetzt da noch eine Spinne find, hier drin. Mach erst mal hier die Enderperlen bei Mob Drops. Ja, sofort. Nicht, dass die nachher wechseln. Ähm... What the fuck? So. Da ist ein Loch. Da springe ich jetzt runter. Ja, du springst auch in jedes Loch. Oh yeah, baby. Äh... Ups. 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 Waja. Und Jetpack bauen ist gar nicht so einfach. Entspannende Minecraft Musik. Dann. 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 51 Leben. Alter Verwalter. Nice. I like. Big butts and a kennadler. Woher wusste ich nur, dass das jetzt kommt. Ich baue einen Keller unter unseren Fresspalast. Dann. Falls du dich wunderst, was ich mache. Stirb, Schleim. Stirb. Hallo, Spinne. Ich brauche übrigens unseren Aufzug für hier. Ja, klau ihn dir. Wollste ich nur mitteilen. Schnapp ihn dir, so lange er noch warm ist. Äh, was hast du damit gemacht, dass der warm ist? Ja. Wie groß ist denn dieser Fresspalast? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe das Crafting Rezept für Bogen vergessen. Alter, ich verarschen. Nein. Aber ich, doch, ich glaube, das kann ja nicht so. Nein, das müsste ganz einfach sein. Also da, äh doch, ganz, das ist ganz einfach. Bitte. Naja, sagt er ja und hat es aber nicht auf den Appel bekommen. Ich habe nämlich genau sechs Fäden jetzt. Das müsste reichen. Ja, wir haben hier dann einen Bogen. Ich habe doch eh schon einen. Äh, dann brauche ich den zweiten ja gar nicht mehr machen. Dann spare ich mir die Strings. Ja, hast du ihn schon gemacht oder nicht? Ja, ich habe nur eine Beschädigung von dem Skelett. Ach so, nee, mache ich einen. Ist alles gut, alles gut, mache ich einen. Na, ich habe das Inventar auch ein bisschen leerer. Leerer. Ja, das passt so. Skelettenskull, Creeperhead. Creeperhead. Äh, ich habe aber nur vier. Creeperhead. Ach so, ich bringe uns auch noch jeder drei, äh, 32 Pfeile mit. Verrückt. Wieso? Ich möchte... mehr. Okay. Nee, Quatsch. Du kriegst 32. Wuhu! Success! Man muss nur beharrlich bleiben, ne? Flutsch, flutsch. Glas, wer braucht schon Glas? Ah, da sind noch mehr Maus drauf. Glas, ass. Clear. Ähm, Holz da rein? Holz, ähm, Stick, ja, auch da rein. Und was habe ich noch aus Holz? Leather. Und ein Dick? Holz-Dick? Zu groß. Holz-Dick. Äh, egal, egal. Jalapeno ohne Dick. Aua. Aua. Was denn? Oh, das könnte wehtun, Alter. Das könnte wehtun, Mann, ey. Hoppa la Papp. Eieieiei. Eieieiei. Und es bürnt, bürnt, bürnt. Wie ein Dick auf Feuer. Jetzt bestätigen wir natürlich wieder Schneckball, ne? Bei dir geht's auch mal, du Pin! Oh, hey, Wayne. Wayne. Kennst du Wayne? Er ist mein Schwester, mein Schwester. Ach, nee, anderswo. Herrlich, herrlich, herrlich. Kennst du Esther, dann ist Wayne seine Schwester. So gegen den Schwester. So. Stein, Werkzeug, haben wir auch eine Kiste für Glas? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Wir sind doch gut vorbereitet. Kacke Pungi-Sticks. Ich drück mal einfach U. Was passiert dann? Gar nichts. Echt? Kann man nichts damit machen? Gibt's doch gar nicht. Anscheinend nicht. Vor allem irgendwie wird immer gesagt, wenn man die als Belohnung bekommt, das wäre eine gute Belohnung. Ja, ja. Aber man kann sie auch nicht... Ja, genau. Ah, man kann sie auch nicht craften. Ja, okay, aber trotzdem. Ich packe sie mal in die Holzkiste. Das hört sich irgendwie nach wie was aus Holz an. So, dann habe ich eine Bronze. Stick halt. Ja, Stick, ja. Jalapeno ohne Stick. Nein, Dick. Ach ja, Entschuldige. Jalapeno ohne Dick. Jalapeno ohne Dick. Oh, ich muss mir noch ein Schild mitnehmen, wenn wir die da klopfen gehen. Was für ein Schild? Und dann stelle ich da ein Schild auf und schreibe da Jalapeno ohne Dick drauf. Das ist eine Idee. Whatever. Wie wird ein Jalapeno geschrieben auf Englisch? Ja, auf Englisch wird das genauso geschrieben wie auf Deutsch auch. Das ist ja kein deutsches Wort. Stimmt. Stimmt. Und wie wird es auf Deutsch geschrieben? Wie wird es auf Mexikanisch geschrieben? J-A-L-A-P-E-O. Jalapenos. Ja, kann sein. Jalapeno-Stick. So, ich kann mir mal den Elevator holen. Und du brauchst ja da auf dem Baum eigentlich absolut nicht, oder? Nö. Quatsch, nö. Da war nur so was Spaß. Du kannst so was von wegnehmen, Mann. Heute, den kannst du dir, da kannst du dir auch was mit in den Arsch teleportieren, Mann. Das ist mir so. Ey, hallo, hallo. Was? Wir gucken vielleicht Kinder zu. Ja, Hohn ist klar, ist klar, Hohn ist klar. Was? Huhn? Was? Was? Wow. Wieso explodieren Hühner, wenn ich sie anhaue? Was ist hier los? Weil sie es können? What the fuck? Scheiße, was hast du für Hühner gezüchtet? Ich war's nicht. Alter! Macht einfach nur... Jetzt ernsthaft? Hast du wirklich... Ist da wirklich kein Huhn in die Luft gefunden? Ich hab ein Huhn mit meinem Questbook geschlagen und dann ist es in die Luft gegangen. Ohne Scheiß! Ich hab einen Bug gefunden. Ohne Scheiß! Hau mal... Oder warte, guck zu! Vielleicht funktioniert's ja nochmal. Warte, ich muss so grad meinen... Du bist doch grad hier. ...Jetpack aufladen, sagt er. Ja, der kommt bestimmt wieder von oben, ey. Nee, 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 oder? Na, mal gucken. Nee, nee, ich komm von der Seite. So, okay. Bist du da? Ja. Oh ja, es ist in die Luft geflogen. Hä? Gefährlich. Pass auf, dass du dir nicht wehtust. Ohne, du hast doch die Explosion noch auch gehört. Das war wahrscheinlich wieder ein Creeper, den du nur nicht gesehen hast. Äh... Ihr wollt mich doch verarschen, ihr Scheißhühner. Nein. Was eigentlich super käme, wenn wir jetzt in der Pause, wo sie aufnehmen, schnell darüber rutschen. Na, und dann auf sie warten, oder was? Why not? Ja, weiß ich nicht. Ich hab grad nur unwichtigen Stuff bei mir. Ja, ist doch super. Ah, Precision, ja, den Diamond Hammer. Ich muss noch mal eben ein ganz bisschen was wegpacken. Hä? Was baue ich denn hier? Ich glaub, die sind auch gleich wieder da, dann. Ja, deswegen sollten wir uns beeilen. Ja, ich hab zwar noch fünf Energy Conduits dabei, aber egal. Okay. Ich komm von unten. Du kannst ja auch rüberfliegen. Dö, 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 dö. Leck's mir am Arsch. Es leckt. Wo bleibst du? Es leckt. Oh, Telefon. Na, super. Na, super. Kinsey, Kinsey hat wieder das beste Timing für Telefon. Warte bitte kurz. Oh, Mann. Mach wenigstens dein Mikro leise. Oder mute dich. Boah, ein bisschen Platz im Inventar. Weg mit den Kabbeln. Und wieder bin ich da. Aber die bestimmt auch, ne? Nein, noch nicht. Machen die auch einen Schlachtplan oder was? Weiß nicht. Warum gehst du zu Comac? Ach, Idiot. Wie, glaub ich, immer nach links. Keine Ahnung. Links ist die alles. Warte, du brauchst noch Pfeile und Bogen. Quatsch. Ja, hier ist ein Mist drin. Nimm, nimm, nimm. Dann nehmen wir Tars repet. Na gut, hab ich mehr Pfeile für mich. Immer wenn ich hier mehrere Chunks durchlaufe, fängt's voll an zu ruckeln. Immer, wenn es regnet, muss ich an sie denken. Du fängst ein, das zu singen. Anana-na-na-na. Anana-na. Anana-na-na. Na gut, dann mach ich Ananas. hier heißt die Einladung an der Salle Skelett Köpfe wo verständlich sein Prozent sei nicht auch Prozent doof die sehen uns auf der Karte bis zu können die Kuh die hat voll viele Pilze das ist eine Spinne da ist ein Creeper was ist hier denn los was tut der hinter mir ist das die Wache übrigens die Pilzkuh hast du gesehen wie die Pilzkuh entstanden ist ich vermute eigentlich eher dass die in unserem Pilzbiom einfach zufällig gespawnt ist zu einer ungemäßigen Zeit ich dachte er hat gerade rechts was haben wir denn hier ein Fluid Transposer ein Pulverizer ein Steam Dynamo ja 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 auch schon dabei hier aber wo ist denn der Strom für die Dinger ja da haben wir noch keinen deswegen gerne den Steam Dynamo hier ist Smooth Limestone der sieht ja bei mir im Texture Pack komisch aus also ich bin dann auf dem Dach oh hallo ich könnte jetzt die Aura-Node zerstören das wäre fies das wäre fies das mache ich nicht wo sind die Spinner normalerweise fangen sie doch immer hier hinten ihre Folgen an wir könnten auch das ist doch eine witzige Idee wir können wenn die nicht während der Folge jetzt erscheinen warten wir einfach da und warten im Fenster zum Einloggen bis sie kommen äh ok aber die müssten doch gleich wiederkommen es ist so geil mit dem Backstep wie sieht das eigentlich aus aus der anderen Perspektive was schreibt er denn da können gehen was 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 hast du was willst du irgendwas machen nö oh alter springt die mir voll ins Gesicht lass die leben warum oh was die haben mich lange getroffen was das denn jetzt vor ach wana bist du eine miese Sau gimma kleiner jetzt müsste er mich hier runterschmeißen wo bist du denn so ja ach da bist du alles klar komm wir gehen Kreative Rache Das dauert mir zu lange Ich würde zu gern die Gesichter von den beiden sehen Ah ja, Witzbold Arsch Mehr geil war, als ich ein Jackpack gebaut Pass auf, jetzt geht mir mittendrin die Energie aus Oh, wie viel Riff hast du noch? 50 50% Oh, ich bin hungry Oh, so hungry So hungry Kinsey, wo bleibst du denn? Ich bin schon längst wieder da Oh, cool Die Felder gehen sogar nicht kaputt, wenn man damit landet Ich habe den Regionalexpress genommen Jetzt dürfen wir natürlich auch nicht schlafen gehen Na Das ist schön, viele spawnen Vor allem, dass die nicht in der Sonne verbrennen Stimmt, ja, ich vergaß Ah, verdammt, im Keller habe ich keine Lampen gemacht Da sind jetzt auch Zombies gespawnt Na ja, egal Mach ich gleich mal Lampen hin Also ich habe jetzt noch ein paar Artificial Forest Hives hier Äh, Lampen wären wichtiger Lampen? Ich habe noch neun Fackeln Ja Ach, unser, 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 unser Dings ist aus, ne? Unsere Baumfarm, die habe ich mal ausgestellt Weil? Ich muss ihn wieder anstellen Ich weiß gar nicht mehr, warum Gibst du mir mal die Fackeln? Ja Boah, wir haben schon, wir haben schon 20 Minuten Wir müssen gleich mal Ende Gelände machen Ja, wo bist du? Gibst du mir die Fackeln? Ich bin hinter dir Ach, da ist er ja Warum hast denn du einen Hammer? Ähm, ich habe nicht nur einen Hammer Iiih, ah Ja, süß Entschuldigung Du hast doch gerade was von neun Fackeln gesagt Und jetzt wirfst du mir einfach 27 hin Hä? Hä, äh, was? Hä? Hallo Zombies Okay, äh, ja Hallo Creeper Hallo Skelett Was machst du denn da? Ich bin hier ein bisschen gerade am Campen Wo ist denn der Eingang zum Keller eigentlich? Elevator Wo ist denn der Elevator? Hinten bei einer weißen Fliebe So Creeper Ein bisschen ausleuchten Hä, was ist das denn für ein Bild diesmal? Achso, das ist jetzt ja auch Aha Ach, wie cool In Vanilletexturen ist das große Bild In den Dings, äh, Blomkecom Echt? Ja Nice Ja Da passen ja unsere Bananensmoothies dazu Oh, die neuen Bilder in den Vanilletexturen gefallen mir war auch sehr geil Ja, sehr gut Nur, dass das, ähm, Küchenset kein Küchenset mehr ist Ja, egal Ähm Äh, so, ich mach mal die Abmod, ne? Ja, moderier mal ab Viel geschafft haben wir nicht, aber Spaß hatten wir Ja, Spaß hatten wir War auch gut Spaß hatten wir Dann, äh, sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen Und, äh, schaut doch in der nächsten Folge wieder rein Äh, wenn's hier weitergeht Äh, mit, ähm, Minecraft, Sky Soleddle Mit dem guten Kinsey und mir Also, äh, ja, äh, bis, äh, bis, äh, bis Densen Ciaoi Tschüss 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 ... ... ... ... Zähn ... ... Vielen Dank.